Musik Tja Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation mit mir als Sachsenetzplayer Joach, es geht weiter, es ist immer noch ein bisschen dunkel, weil jetzt haben wir es halb 3, irgendwann halb 3 durch Ich habe gerade mal ein bisschen was gegessen, mich gestärkt und joach, jetzt würde ich sagen Wir hatten gerade irgendwas mit dem Riesenrad, ich bin mal gespannt, let's go An alle Einsatzkräfte, auf dem Marktplatz von Brunsdorf kam es zu einem Zwischenfall Die Stromverteilung ist in der Einsatzfeuer gefangen Das Feuer muss nicht selbstmöglich bekämpfen, wenn die Fahrräte mit der DLK evakuiert werden Florian 7 an Leitstand, melde, Einsatz angenommen Florian 7? Ich denke ich bin Florian 3 Florian 7 hier Ja, legen wir los hier Ja, weiter geht's, irgendwas mit dem Riesenrad Was genau, das weiß keiner Aber wir werden es ja gleich sehen Mann, ich sag es dir, da war ich gestern Abend mit einer Freundin im Kino und wen treffe ich da? Meine Frau Mann, hat die Begleiter uns dumm angesehen Interessant, hallöchen erst mal Ich bin mal gespannt, was hier am Riesenrad so los ist, ein technischer Defekt Kann ja eigentlich jetzt nicht allzu viel passiert sein Tatsächlich über den Effekt, entweder geht das Riesenrad nicht mehr Das Riesenrad steht in Flammen, das wollen wir nur hoffen Florian 7 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingefahren Was hier wieder los ist Ja, das Feuer, das Feuer wird sich definitiv nicht weiter ausbreiten Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, wir sind schon da, wir sind auch schon da Das Feuer wird sich, ja da Hilfe, kein Problem, ich kümmer mich auch schon um das scheiß Feuer Oh Gott, die Technik Hilfe Puch, gut, also das Feuer war auf jeden Fall schon mal nicht so viel Hilfe, hier drüben Ach du Scheiße, was sind denn die hier? Hier drüben Na wie, hier drüben, warten sie mal kurz Hilfe Hilfe, hier drüben Hilfe Hilfe Ach Scheiße, unser Mutteröl ist alle Hilfe Hilfe Ich will gerade mal gucken Ich schaue jetzt nicht so machen Hier drüben Hier drüben Hier drüben Reden wir noch vom Mutteröl, ne? Jetzt brauchen wir es Jetzt brauchen wir es Hilfe Hilfe So Hilfe 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 Bleiben Sie doch ruhig, es passiert Ihnen nix, es passiert Ihnen gar nix. Wir warten jetzt hier RTW. Ja, ja, hier drüben. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Und noch schönen guten Tag, jetzt noch mal eine. Und alle. Schauen wir mal, ob wir die mehr annehmen können. Schau, hier sind wir jetzt leider schon fertig im Endeffekt, also, na ja, ran kommen wir leider nicht und von hier drüben kann ich nicht in die Schuhe, hin. Hilfe, hier drüben. Schlechte Position, wir müssen hier in der Mitte. Hilfe. Ja, ist in Ordnung, 30 Minuten haben wir ja Zeit. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier haben wir noch mal. Hier haben wir noch klitschen, je nachdem. Hilfe. 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 So. Wir müssen hier noch einen 2. Von hier aus durften wir eigentlich noch an alle herankommen. Hilfe. Ja, wie gesagt, bleiben Sie ruhig, ich komme ja schon, so. So, da haben wir jetzt den nächsten Jahr, wir sind doch schon da, wir sind schon da, bleiben Sie wieder ruhig, bleiben Sie ruhig, wir sind da. So, halt, so, da haben wir doch schon, so, rückwärts, halt, so. So, und bitteschön, weiter geht's. Hilfe! Hilfe! Hier drüben! Ja, ja, hier drüben, hier drüben auch, hier drüben kostet es nur ein Fünfer. Hier drüben kostet es nur ein Fünfer. So, guten Tag, die Dame. Ach, warten Sie. Hilfe! Hilfe! Ja, doch, ja, doch, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Jetzt, ich komme noch nicht dran. Jetzt. So, die Minuten haben wir dann noch, 10 Minuten, haben wir noch ganz gut Zeit. Hier drüben! Jop, bitteschön. So. Hier drüben! Ja, 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 ich sehe Sie. Hier drüben! Ja, ich sehe Sie, bleiben Sie ruhig, ich sehe Sie. Wir stehen näher ran. Alles klar, ist alles easy. Hilfe! Ja, ich sehe Sie, wir kommen gleich. So, 1, 2, 1, 2, und bitteschön. Und jetzt müssen wir hier noch hoch. Die war jetzt hier unten und das dürfte jetzt noch bitte der letzte gewesen sein. So. Wunderbar! Einsatz kann erfolgreich abgemeldet werden. Sehr schön. Wollen Sie mal selber löpen, ne? Tach, ihr Nasenbären. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Dir teile ich heute den Einsatzleitwagen Florian 1 zu. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Florian 1? Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann, ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf! Komm, mach mal! Auf Florian 1. Und... Och, nö, oder? Das Ding... Keine Absicht! Ja, dann verpiste ich. Naja. Das größte Los ist das jetzt nicht, ne? Aber naja, gut, gucken wir mal. Guck mal, hier hat es noch schön, was machen wir denn Ding? Morgen. Morgen, halt ja nicht mehr am Feuerlöscher, oder? Morgen. Ist das ein Feuerlöscher? Ne. Axt im Verkehrskegel hat er auch hier. Morgen, wie geht's? Hm. Naja. Testmarschmeyer. Morgen. Wie geht's? Wie geht's schon mal soweit alles? Guten Morgen. 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 Entschuldige. Ist hier kein Ding? Ne, geht auch alles. Ich hab' gar keinen Beifahrer. Das wird ja langweilig, wenn ich ein Beifahrer bin. Hm. Was schmankt mit Tränkohlen. Doch, Serge, gehst du jetzt bitte von den Alex weg? Morgen. Morgen. Nichts zu tun. Was los mit dir? Und wenn die Zähne zusammenbeißen, Mike, oder? Morgen. So, wie sieht denn der Tank hier aus? So, wie sieht denn der Tank hier aus? Ja, geht. Ist jetzt nicht allzu viel, ist jetzt aber auch nicht allzu wenig. Morgen. Einsatzbefehl für Florian 1 aus Wissabon kam eine Alarmierung rein. Vorsicht! Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 1 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. E, E. Da bin ich aber gespannt. Lässt sich auf jeden Fall sehr angenehm steuernder Wagen. E, E. Da lässt sich auf jeden Fall sehr angenehm steuern. Aber wir können hier gerade jetzt in der Schicht nicht allzu viel machen. Das sollte uns im Übrigen auch bewusst sein. Weil der hat nicht gerade allzu viel. Aber so richtig groß brennen, werden wir ja nicht gerufen. Ich war durch mit der Karre. Okay, hier meine. Stimmt, wir sind Aschenbecher. Ich werde mit der Höchst. Ja, naja gut, dafür können wir dann wenigstens erst mal danken. Wir haben wohl leider keine Beifahrer. Wir sind hier allein unterwegs. Deswegen haben wir diesmal gar keine Dialoge. Einmal nur geradeaus wie ich sehe. Wunderbar. Florian 1 an Leitstand. Melde, Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ein paar Müllsäcke stehen in Flammen, oder? So. Florian 1 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. So schnell geht das, ne? Der Hammer, gerade mal. Läuft. Muss ich mal zwischen den Schlitten an uns. Na gut, treiben. Ne, treiben. Ne, vier. Vier. Ne, vier. Ach, so viel passen gar nicht hier rein. Das geht ja alles ein bisschen schnattern. Gut, dann auf zur Feuerwache und warten, wo es mal wieder hingeht. Wenn wir hier relativ schnell fertig werden, gehe ich mal so von drei bis vier Einsätzen aus. Oder viel, 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 viel Freizeit. Je nachdem. Oh ja, wird's aber, denke ich mal, schön werden. So. Zurück zur Feuerwache mit der Rennungsschere können eigentlich nur die Personen aus Fahrzeugen gebogen werden. Das ist richtig. Zurück zur Feuerwache mit der Gegenverkehr. Oh, da hat man gerade grün. So schön. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So, wenn wir mal was willst, willst du in die Karre reinstellen? Mahlzeit. Dann willst du die Karre großartig reinstellen, wenn es ein Edler weitergeht. Okay, jetzt haben wir erstmal Mahlzeit, erstmal mit dem Zwerg. Mahlzeit. Mahlzeit. Pass doch auf, wo du hinläufst. Ist ja in Ordnung. Kurve. Einsatzbefehl für Florian 1. Aus Brunsdorf kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 1 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Oh, auf nach Grünschwilf. Alter. So ein schöner 360. Vorbildlich, wie sie selbst auf der Gegenfahrbahn ausweichen. Das ist wirklich sehr vorbildlich. Jojojojo. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Einmal sind wir hier gegen irgendwas dagegen gefahren oder es war der Brotstein. Je nachdem. Ich geb mal woher drauf, dass es der Brotstein war. Florian 1 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Meldet den Einsatz hiermit ab. Yeah. Spannung. 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 Du musst das nicht. Hier muss... Oh. Gott sei Dank war der Ladebildschirm jetzt da. Das wäre unschön ausgegangen. Gut, meine Freunde, wir sind aber erstmal für diesen Part wieder durch. Deswegen mache ich nochmal den hier. Oder den. Oder den. Oder den. Je nachdem. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Aus der Rhein. Lauter Rhein. Tschüss.